Ola. Hallo. Ja? Mein Name ist Regina Großmann. Ich bin die Rosa Luxemburg. Kennen wir uns? Diese Frau ist nicht einfach irgendeine gewöhnliche Frau. Da können Sie Gibt drauf nehmen. Es ist so eine Art Fantombild gezeichnet, also so. Diese Frau war Stasi-Killerin. Fuck! Heilige Scheiße! Die Welt ist so schön. Vollkommen irre. Tada! Die Frau ist eine Bombe. Wer sind Sie? Ist Cleo. 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 Cleo Straub. Da bin ich. Cleo. 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 Vielen Dank.